Chorkommandant ist der Befehlshaber oder kommandierende General eines Armeekorps. In der Regel übt ein höherer Generalsrang oder Feldmarschall diese Funktion aus. In einigen Armeen wird Chorkommandant auch für einen speziellen Generalsdienstgrad verwendet, der dann nicht zwingend mit dem Kommando über einen Großverband verbunden ist, Schweizer Armee. In der Schweizer Armee wird der Generalsrang Chorkommandant anstelle des international üblichen Generalleutnants verwendet. Bis 1977 wurde der Dienstgrad als Oberstchorkommandant bezeichnet. Der Chorkommandant ist in Friedenszeiten der höchste Dienstgrad der Schweizer Armee. Nur bei einer Mobilmachung wird ein General als Oberbefehlshaber der Armee eingesetzt. Der Chef der Armee bekleidet demzufolge den Rang eines Chorkommandanten, aber auch die Kommandanten der Luftwaffe und des Heeres. Bis 2003 waren der Generalstabschef, der Ausbildungschef bzw. Chefherr, die Kommandanten der Vierarmeekorps und der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenchorkommandanten. Seit 2004 gibt es in der Schweizer Armee keine Armeekorps mehr. Im Verkehr mit dem Ausland wird er als Lieutenant General bezeichnet. Österreich Von 1980 bis 2002 wurde der Dienstgrad auch im österreichischen Bundesheer verwendet. Sowjetunion Von 1935 bis 1940 war die Bezeichnung Kommkordi kurz Bezeichnung für Kommandierkorpusar ein sowjetischer Generalsrang und entsprach dem späteren Rang eines Generalobersten auf acht.